Kenny Bunn wurde am 14. Juni 1992 in Dalton, Georgia geboren. Von klein auf war Kenny dafür bekannt, dass er ruhig, introvertiert und anders als andere Kinder war. Seine Großmutter erinnerte sich daran, dass Kenny ein Oma-Junge war, der sein ganzes Leben lang immer wieder bei ihr lebte. Als Kind wurde Kenny vom Ex-Freund seiner Mutters sehr schlecht behandelt, was ihn seelisch verletzte. Dieses Trauma führte dazu, dass Kenny Depressionen und Angstzustände entwickelte, die ihn bis ins Erwachsenenalltag wählten. Er passte nie so recht zu den anderen Kindern und zog es vor, sich zurückzuziehen, düstere Gedichte zu schreiben und in seinem Zimmer Heavy-Metal-Musik zu hören. Kenny entwickelte eine Gothic-Persönlichkeit und einen Gothic-Stil, der ihn noch weiter von seinen Altersgenossen in seiner kleinen Südstadt abgrenzte. Er färbte sich die Haare schwarz, trug dunklen Eyeliner, lackierte seine Fingernägel und schmückte sich mit Piercings. Sein Aussehen und seine Interessen stießen bei den traditionelleren ländlichen Bewohnern von Murray County auf Unverständnis. Seine Freundin, Rachel McNeil, die in der Mittelstufe eine kurze Romanze mit Kenny hatte, beschrieb ihn als ganz anders als andere Jungen in der Gegend. Er war unglaublich schüchtern und wortkarg im Umgang mit neuen Leuten. Wagee glaubt, dass sie Übergriffe aus der Kindheit zu Kennys sozialen Ängsten und seinem mangelnden Selbstvertrauen geführt haben. Sowohl Rachel als auch Kennys Mutter sprachen von seinen Problemen mit Depressionen. Die Mutter erzählte, dass sie im Laufe der Jahre mehrmals die Arbeit vorzeitig verlassen musste, wenn Kennys Depressionen stark wurden. Er schien nie in der Lage zu sein, der Dunkelheit zu entkommen, die seinen Geist plagte. Als Kenny erwachsen wurde, führten seine Depressionen und der Wunsch, seinen seelischen Schmerz zu entkommen, zu Problemen mit illegalen Substanzen. Einige Jahre lang drehte sich Kennys Leben nur um diese Substanzen. Er schloss sich tagelang in sein Zimmer ein und kommunizierte nur mit Online-Freunden. Dadurch entfernte er sich noch weiter von seiner Familie und den wenigen Freunden, die er noch hatte. Doch im Jahr 2019, mit Ende 20, war Kenny nüchtern geworden und versuchte, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Großmutter und seine Mutter hofften, dass das Schlimmste hinter ihm lag. Doch es bahnte sich eine Tragödie an. Im Jahr 2018 brachte eine neue Beziehung einen Lichtschimmer in Kennys düstere Welt. Auf den sozialen Medien lernte er Nadja Swartz kennen, eine unkonventionelle Mädchen, die sich wie ein Gothic kleidete. Die beiden schlossen sich über ihre gemeinsamen Interesse und Ansichten zusammen. Kenny verliebte sich schnell und tief in die junge Frau, von der er dachte, dass sie ihn auch wirklich liebte. Nadja schien ihn auf eine Weise zu verstehen, wie es sonst niemand tat. Zum ersten Mal fühlte sich Kenny von einem anderen Menschen verstanden und mit diesem verbunden. Die Beziehung entwickelte sich rasch und die beiden verkündeten schon nach wenigen Wochen, dass sie füreinander bestimmt waren. Doch schon nach wenigen Monaten wurde Nadja gelangweilt und ungeduldig, angesichts von Kennys Selbstzweifeln und seinem Bedürfnis nach Bestätigung. Anfang 2019 trennte sich Nadja von ihm, obwohl Kenny sie bat, die Beziehung fortzusetzen. Sie kommunizierte jedoch weiterhin regelmäßig mit Kenny. Und er klammerte sich an die Hoffnung, dass sie ihre Romanz wieder aufleben lassen könnten. Nadja nutzte diese anhaltende Verbindung, um Kenny an sich zu binden. Sie schien es zu genießen, Macht über seine Gefühle zu haben und ihn in der Hinterhand zu halten. Kenny ahnte nicht, dass Nadja nur wenige Wochen nach ihrer Trennung bereits eine neue Beziehung eingegangen war. Sie ließ sich kurz nach der Trennung mit Kenny mit einem Justin Hooker ein. Justin war wie Nadja Anfang 20 und lebte in der Nähe von Dalton, Georgia. Justin verliebte sich sofort in Nadja und ließ sich ganz auf die temperamentvolle junge Frau ein. Ihre intensive Beziehung entwickelte sich schnell, da Nadja ihre bedingungslose Liebe zu Justin beteuerte. Doch trotz ihrer Bekenntnisse zu Justin kommunizierte Nadja weiterhin häufig mit ihrem Ex Kenny. Sie regte Gespräche an, bat ihn um Gefallen und machte ihm Hoffnung, eines Tages wieder mit ihm zusammenzukommen. Und Kenny klammerte sich an diesen dünnen Faden Hoffnung. Er sehnte sich immer noch nach ihr. Als Nadja hinter Justins Rücken weiterhin mit Kenny verkehrte und Kennys Wunsch näherte, ihre Romanze wieder aufleben zu lassen, wuchsen Justins Eifersucht und sein Groll auf den Ex-Freund seiner neuen Freundin. Justin sah in Kenny eine Bedrohung für seine Beziehung. Die Tatsache, dass Nadja so engen Kontakt zu ihrem Ex hielt, brachte Justin auf die Palme. Aber Nadja fuhr fort, sowohl Justin als auch Kenny zu manipulieren, indem sie den eifersüchtigen neuen Liebhaber gegen den besessenen Ex ausspielte. Justins Wut auf Kenny kochte über und gipfelte schließlich in Drohungen gegen Kennys Leben. Anfang 2020 spitzten sich die Spannungen zwischen den Dreien zu. Justin drohte Berichten zufolge mindestens einmal damit, Kenny etwas anzutun, nachdem er herausgefunden hatte, dass Nadja immer noch häufig mit ihm sprach. Nadja nahm weiterhin Kontakt zu Kenny auf, unter dem Vorwand, wieder mit ihm zusammenkommen zu wollen. Kenny willigte ein, da er sich immer noch nach Nadja und der Akzeptanz sehnte, die er einst bei ihr gefunden hatte. Bei Nadja und Justin hackten einen Plan aus, um Kenny ums Leben zu bringen und ihn endgültig aus ihrem Leben zu entfernen. Nadja manipulierte Kenny so, dass er sich mit ihr an einem abgelegenen Ort am Flussufer treffen wollte. Justin kaufte am Tag vorher eine Waffe von einem Verwandten, dem er sagte, er brauche diese zum Schutz. Doch die Waffe sollte einen viel unheilvolleren Zweck erfüllen. Am Abend des 16. März 2020 holte Nadja Kenny an einer örtlichen Tankstelle ab und fuhr ihn unter dem Vorwand, sich wieder mit ihm treffen zu wollen, zu dem vereinbarten Treffpunkt mit Justin. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lag Justin bei ihrer Ankunft bereits auf der Lauer oder war mit Nadja und Kenny dorthin zusammengereist. Zeugen hörten gegen 21.20 Uhr Kugeln. Im Schutz der Dunkelheit am Fluss gab Justin mit der neu erworbenen Waffe vier Kugeln auf Kenny ab, in den Oberkörper und in den Kopf. Die Tat ging schnell vonstatten. Als Kenny verstorben war, schlichen sich Justin und Nadja in die Nacht davon. Bevor sie gingen, durchwühlten sie Kennys Taschen und nahmen sein Handy an sich und ohne einen Ausweis oder eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit seinen Angehörigen zu hinterlassen. Am nächsten Morgen entdeckte eine Gruppe von Anglern Kennys Körper ausgestreckt am Ufer eines Flusses. Sie riefen sofort den Notruf an, um ihnen beunruhigenden Fund zu melden. Als die Polizei am Fundort eintraf, fand sie Kenny vor. Er hatte keinen Ausweis bei sich, aber sie stellten schnell fest, dass der Mann in seinen Zwanzigern verstorben war. Die Kugeln aus einer Waffe waren präzise und absichtlich abgegeben worden. Die Straferfolgungsbehörden befragten Angler und andere Zeugen in der Gegend. Da es jedoch nur wenige Hinweise gab, konnten sie nicht einmal die Identität des Opfers feststellen, geschweige denn, wer dafür verantwortlich war. Kennys Familie machte sich zwischenzeitlich zunehmend Sorgen, nachdem sie ganze Nacht nichts von ihm gehört hatte. Als am nächsten Tag die Nachricht von einem nicht identifizierten Opfer, das am Fluss gefunden wurde, die Angehörigen von Kenny erreichte, befürchtete seine Großmutter und auch seine Mutter das Schlimmste. Sie verständigten dann die Polizei und meldeten Kenny als vermisst. Als die Beamten eintrafen und ihnen ein Foto des Opfers zeigten, erkannte Kennys Familie sofort dessen Kleidung, die markanten Tätowierungen auf den Schultern und die Brille. Ihre schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Kenny war verstorben. Die Ermittler wandten sich an Kennys engsten Kreis, um Informationen über seine letzten Stunden zu erhalten. Über Freunde und Familienangehörige fanden sie bald heraus, dass Kenny in der Nacht mit seiner Ex-Freundin Nadja ausging. Die Polizei machte Nadja ausfindig und nahm sie umgehend zum Verhör mit. Sie erzählte, sie habe Kenny bei einem Freund abgesetzt, nachdem er wegen eines Streits wütend geworden und aus ihrem Auto gestiegen sei. Die Ermittler beschafften sich daraufhin Überwachungsmaterial von der Tankstelle, an der Nadja Kenny abgeholt hatte, und widerlegten damit ihre Darstellung. Das Video zeigte, wie sie sich in aller Ruhe mit Kenny unterhielt und nicht den von ihr beschriebenen heftigen Streit. Während Nadjas Alibi bröckelte, erhielt die Polizei einen unerwarteten Anruf von einem örtlichen Anwalt. Dieser Anwalt vertrat einen Verwandten von Justin Hooker, der ihm am Tag vor der Tat eine Waffe verkauft hatte. Justin log zunächst über den Kauf der Waffe und jede Verbindung zu Kenny. Doch als er mit den Beweisen konfrontiert wurde, konnte er seine Rolle nicht länger leugnen. Justin Hooker und Nadja Swartz wurden schnellstmöglich verhaftet. Nadja behauptete, die Tat sei Notwehr gewesen, nachdem Kenny handgreiflich wurde und Justin sie geschützt hätte. Die Ermittler fanden jedoch keine Beweise für diese Version der Ereignisse oder Beweise dafür, dass Kenny gegenüber Nadja tatsächlich übergriffig war. Nach monatelangen, hin- und herschieben der Schuld haben sich Justin und Nadja schließlich auf einen Vergleich geeinigt. Im März 2021, fast ein Jahr nach dieser sinnlosen Tat an Kenny, bekannten sich Justin Hooker und Nadja Swartz schuldig. Beide wurden zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit der Bewährung nach 30 Jahren verurteilt. Justin und Nadja zeigten keine Reue für ihre Tat. In aufgezeichneten Telefongesprächen im Gefängnis lachten sie und Justin über ihre missliche Lage und sprachen sogar von Heirat, falls sie aus dem Gefängnis kämen. Kenny Bunts kurzes Leben war geprägt von Problemen und Entfremdung. Der schüchterne, kreative junge Mann hat seinen Platz in der Welt nie ganz gefunden. Und gerade als er glaubte, eine Gleichgesinnte zu treffen, die ihn verstehen und akzeptieren könnte, verriet sie ihn, auf die schrecklichste Weise, die man sich vorstellen kann. Anstatt Kenny zu helfen, seinen Weg aus der Dunkelheit zu finden, die ihn schon immer verfolgte, manipulierte Nadja seine Gefühle und schürte falsche Hoffnungen. Als ihr neuer Freund eifersüchtig wurde, plante Nadja, anstatt den Kontakt abzubrechen, diese Tat an Kenny. Am Ende verstarb Kenny so, wie er die meiste Zeit seines Lebens gelebt hatte. Alleine und in der Dunkelheit. Hätte er überlebt, hätte Kenny vielleicht seinen Platz in der Welt gefunden, wo er hingehört. Doch Nadja Swartz und Justin Hooker sorgten dafür, dass es dazu nie kommen würde.